Die Liebe ist die allerhöchste Kraft, die es überhaupt gibt. Gott ist die Liebe pur. Und von diesem Allerhöchsten, der Gegenpart, das ist der Hass. Und da sollen wir uns wirklich hüten, solche Gedanken aufkommen zu lassen. Bei der Musik kam mir der Gedanke, dass Bruno Gröning einmal gesagt hat, dass Hassen das Schlimmste ist, was man tun kann. Und dass wenn man einen Menschen hasst, dass das so schlimm ist, dass man allein deswegen schon nochmal auf diese Erde muss, um das wieder gut zu machen. Die Liebe ist natürlich das Allerhöchste. Die Liebe ist die allerhöchste Kraft, die es überhaupt gibt. Gott ist die Liebe pur. Und von diesem Allerhöchsten, der Gegenpart, das ist der Hass. Und da sollen wir uns wirklich hüten, solche Gedanken aufkommen zu lassen. Oftmals sagt man, ach, ich hasse diesen Reißverschluss, weil er geht nicht immer auf oder nicht zu oder irgendwelche Dinge. Da ist man mit diesem Wort ganz schnell dabei. Wenn ich sowas höre, da zuckt es mich jedes Mal, weil meine Mutter uns das sehr früh schon beigebracht hat und gesagt hat, dass das eben nichts Gutes ist. Ja, und auch diese Woche ist eine Schulungswoche. Dafür sehr gut, mal zu schauen, ist da irgendjemand in meinem Leben oder auch nicht mehr, aber wo trotzdem Hass ist. Jemand, den ich hasse, den ich abgrundtief hasse. Das Interessante ist, liebe Freunde, das, was dieser Mensch uns angetan hat. Und meistens ist es etwas, was uns dazu veranlasst hat, ihn zu hassen. Denn wenn einer eine schönere Frisur hat als ich, deswegen werde ich den jetzt nicht hassen. Sondern da muss schon was Tiefes gewesen sein. Und da hat ja Bruno Gröning die Frage gestellt, ist der Mensch böse? Wenn wir natürlich jetzt hier rumgucken, natürlich nein. Wenn ich in den Spiegel gucke, schon gar nicht. Aber ist der Mensch böse? Wenn man jetzt guckt, das ganze Elend, Korruption und Krieg und was es da alles gibt, Unterdrückung und ist der Mensch böse? Und da hat Bruno Gröning die Antwort gegeben. Und er sagte, nein, der Mensch ist gut. Der Mensch ist von Gott gut gedacht und gut geschaffen. Aber der Mensch ist in der Lage, das Böse in sich aufzunehmen. Und das, was der Mensch in sich aufnimmt, das muss er wieder von sich geben. Das heißt, der Mensch selber ist gut. Er kann tun und lassen, was er will. Er ist von Gott geschaffen, ein göttliches Geschöpf. Und damit ist er grundsätzlich gut. Und auch der Mensch, der mir was angetan hat, das ist ein guter Mensch. Aber er hat irgendwas Ungutes in sich aufgenommen, dass er jetzt zum Werkzeug des Bösen geworden ist. Und in diesem Bewusstsein fällt es mir persönlich, eigentlich immer ganz leicht, einem Menschen auch zu verzeihen, wenn er irgendwas getan hat. Oder wenn er mir persönlich was getan hat. Wenn ich es überhaupt persönlich nehme. Dass ich sage, eigentlich willst du es ja gar nicht. Es sind die Umstände, die dich dazu gebracht haben. Und mit den Informationen, mit dem Wissen, was du hast, konntest du gar nicht anders als so handeln. Und möglicherweise würde ich genauso handeln, wenn ich in deiner Position wäre. Mit dem Input, mit den Gedanken. Also tun wir das beiseite. Dir fehlt nur die Information, der gute Input. Und wenn man das dann schafft, einem Menschen zu verzeihen, dann ist auch der Hass weg. Und dann haben wir wieder etwas abgegeben. Nutzen Sie die Zeit wirklich, um das zu erledigen, was an dem einen oder an dem anderen Tag dran ist. Und hier soll keiner mehr sitzen, der noch irgendwo in seinem Innersten so ein Fleckchen Hass mit sich rumträgt. Hätte nicht Bruno Gröning Grund genug gehabt, die Menschen zu hassen? Das, was man ihm angetan hat, er hat das gar nicht persönlich genommen. Er hat das nicht als Attacke auf seine Person genommen. Sondern im Grunde genommen bäumt sich das Böse auf und will das Gute zerstören. Und wenn man das Gute in sich trägt, dann wird man da zur Angriffsscheibe. Er hat das nicht persönlich genommen. Und wenn man das Gute in sich trägt, und wenn man das Gute,